Willkommen auf der Satox, es geht weiter mit der zweiten Hälfte der zweiten Boosterbox von Dengigi Bungo und ohne große Vorräte fangen wir auch gleich an. Noch ein paar ähnliche von dem Rest, die jetzt nicht so schön doppelt. Oh, nur noch ein paar Ähnliche von Dengigi Bungo. Die Trompeerschein kleines Wunderland. mal gucken ob irgendwo die seien jeweils wieder dazustehen du wisst ja noch gerade dass viele auch drei Attribute quasi haben das müsste quasi eigentlich wenn ich das jetzt richtig ja hier auch progressive dass man die in den anderen Sets der zugehörigen Serie auch nutzen kann das heißt SAO in SAO, Bunny Girl in Bunny Girl und SR von Click Bullet und nochmal die 6 Das ist die letzte Piction. Ami, Asagi, Yidemenga A, Ventilator, Osho, Esser. das ist das letzte Päckchen Oh, Exelwort hatte ich da schon was drin, wahrscheinlich Karten die ich noch nicht erkannt habe, weil ich habe diese ja mal angefangen, aber noch nicht wirklich weit geguckt Und dann bedanke ich mich bei euch auch fürs Zusehen, eine Boosterbox habe ich noch, also bis dahin, ciao